Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Learn Together Europa Universales 4. Wir sind in der letzten Episode mit einer Rebellion, ja, beendet würde ich sagen, oder haben die Episode mit einer Rebellion beendet, die wir auch beendet haben. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ordentlich verwüstung, naja, so schlimm ist es gar nicht. Hier ist es schlimm tatsächlich. Und vor allen Dingen ist es wieder sunnitisch alles hier, das gefällt mir natürlich auch überhaupt nicht. Jedenfalls diese drei Provinzen sind sunnitisch geworden. Welche von denen ist am weitesten entwickelt? Granada mit Abstand. Also würde ich sagen, ich habe kein Missionar zum Ende senden, okay, aber demnächst sollten wir hier ein Missionar hinschicken können. Er ist nämlich gerade hier unterwegs, in Gibraltar. Aber wir wollten uns um die Fähigkeit kümmern, die wir mit dem Zeitalter kaufen können. Das heißt, wir haben jetzt hier mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Sachen, die wir geschafft haben, so viele Punkte angesammelt, 800 Stück, um etwas kaufen zu können. Was gibt es denn so? Es gibt Feudal ist der Juge gesetzt, Unruhe minus 5, das wäre schon mal ganz nett. Tätuanische Nationalisten. Dann gerechtfertigte Kriege. Untertan übertragen in Friedensverhandlungen zu halben Kosten. Gewässerte Kriegssteuern. Verhältnis Kavalerie zur Infanterie plus ein Grundsteuer bei Fertigsteuern einer Kolonie. Ich glaube, wir müssten irgendwann im nächsten Mal Kolonien bekommen, vielleicht. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Kampfbohnen ist für Terrain. Was ist denn unsere Toledo? Toledo ist Grünland. Grünland oder Grasland? Keine Ahnung. Was ist das? Grünland, Grünland. Wir würden Kampfboni kriegen in Grünland. Ich sehe uns gar nicht. Ich hoffe auf höherentwickelte Kolonien irgendwie. Würde ich sagen. Ich nehme die höherentwickelten Kolonien, auch wenn wir noch keine Kolonien haben. Aber ich hoffe, wir haben demnächst die Möglichkeit, welche zu entwickeln. Denn das wäre ja schon nicht schlecht. Beziehungsweise... Wie haben wir denn... Ja, das hat jetzt ja schon Portugal sich gesnackt. Und sogar schon die Renaissance gefördert da. Irgendwie ist die Renaissance übergefördert, nur bei uns nicht. Da haben wir scheinbar auch nicht so wirklich erfolgreich. Wir sind die einzigen, die noch zurückhängen. Und ein bisschen was im Heiligen Römischen Reich. Selbst Polen und sowas. Also ja, wir sind da auf jeden Fall... Irgendwie hängen wir da zurück. Da muss ich auch nochmal gucken, wie man das besser hinkriegt. Teil eines Staates. Hauptstadtstaat. Friede. Positive Stabilität. Aber wir haben lange Zeit negative Stabilität. Vielleicht hat uns das zurückgeworfen. Ich weiß es nicht. Ja, leider steigt unsere Mannsstärke verdammt langsam. Und wir müssen, was ich vergessen habe, eine Versammlung einberufen. Jo. Die Stände von Kastidien, bla bla bla. So, was machte Kleros denn? Baut ein Haus Gottes in Sevilla. Eine Kirche in Sevilla ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Da kann ich mal gucken, was wird eine Kirche in Sevilla uns denn bringen. Gebäude, Kirche in Sevilla. Das bringt sogar 0,17. Das ist echt verdammt viel. Also zweitbeste Provinz für eine Kirche. Die Adel möchte, die Rekruten, das schaffen wir nie. Marktplatz, Handelsdepot und Börse. Oder Börse. In Leon. Warum denn in Leon? Was kann Leon? Bist du ein Handelsumschlagsplatz? Bist du tatsächlich? Also entweder hier einen Marktplatz bauen oder hier eine Kirche bauen. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal entscheiden. Der Kleros ist am wenigsten loyal. Und der Kleros muss über 50% kommen, dass wir noch einmal Land beschlagnahmen können. Also ja, wir machen den Vorschlag des Kleros. Eine Kirche oder Kathedrale zu bauen. Dann bauen wir hier direkt eine Kirche. Okay. Und in elf Monaten sollte es fertig sein. Dann könnte ich schon wieder Kronland beschlagnahmen. Hoffen wir, dass einfach mal alles so funktioniert, wie ich es mir ausgedacht habe. Eine weitere Kirche in Provinz. Ich liebe dieses Posaungeräusch. Das macht mich irgendwie glücklich. Traurige Nachrichten. Ferdinand ist gestorben. Staats-Ehe ist damit vorbei. Schade. Kann ich eine neue Staats-Ehe mit euch... Wo sind denn die Staats-Ehen? Die sind doch hier in der Dynastie. Staats-Ehe... Ja, sollten wir weiterhin führen, denke ich. Mit Österreich. Jo. Großartig. Großer Ball in Toledo. Der Adel hat eine Vollie für glamouröse Bälle, Staatsbankette und andere extravaganzes Unterhaltung entwickelt. Obwohl sie ziemlich teuer sind, sind sie eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Großzügigkeit von Kastil und die Königs... Die des Königs selbst zu zeigen. Zehn Prestige für 40 Dukaten. Ich denke, das ist ein guter Tausch. Wir gehen dafür nicht ins Minus. Unser Prestige ist langsam... Also langsam sehe ich hier nichts Rotes mehr. Ich habe das Gefühl, es könnte gut sein. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir wenig Kronenland haben. Aber daran arbeite ich ja. Ich glaube, wenn wir über 30% kommen, dann ist dieser Malus hier auch weg. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie weit wir denn sind, wenn hier die Kirche in Sevilla gebaut ist. 30. April. Österreich ist wieder eine Großmacht. Eine weitere Kernprovinz. Ich glaube, jetzt haben wir alle Kernprovinzen. Kann ich das irgendwo sehen? Nein, ich kann es nicht wirklich irgendwo sehen. Wirtschaft, Handel... Irgendwo kann man das bestimmt sehen. Ich möchte auch endlich diese Ideen hier haben. So viel, was ich möchte. Stabilität. Religion ist es auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss aber, ich glaube schon, dass man es... Oder kann ich es hier sehen? Nee. Hier und dann unter Entwicklung vielleicht. Starten. Ah ja. Ach, wenn der Start nicht eine Kernprovinz wäre, könnte ich es... Also ja, ich glaube, jetzt habe ich alles als Kernprovinz. Handelshaus. Handelshaus ist Kompanie gar nicht so. Was ist das denn? Auch sehr interessant, aber es hat... Ich weiß nicht, wo ich das bauen könnte. Scheinbar nirgends. Steuer erlasse. Ja, die Forschungsprinzip muss ich weiter... Ja. Aber gut, dann habe ich das schon mal rausgefunden. Hier kann man direkte Entwicklung ausbauen. Zur Campprovinz machen. Hier könnte ich sehen, dass ich keine... Okay, gefunden. Und hier kann man direkt Missionar. Das ist einfach eines der besten Fenster hier. Muss ich mich mehr daran gewöhnen. Eine reiche Ernte. Geil. Steckt es in die Stadtschatzkammer. Ich brauche das Geld. Und das Geld nehme ich direkt, um einen Kredit zurückzuzahlen. Ich weiß, wir sind momentan... Nicht wirklich dabei zu investieren, aber wir zahlen ein Darlehen nach dem anderen zurück. Kann ich sehen, wie viele Darlehen ich habe? Wir haben unsere Darlehen in Höhe von 4. Zahlen wir... Also wir haben 4 Darlehen, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Unsere Inflation ist ziemlich hoch. Das macht aber nichts. Wir müssen demnächst forschen. Und um forschen zu können, muss ich endlich diese Renaissance... Ja. Fördern. Thronfolger wird krank. Oh nein. Wir haben noch so einen guten Thron... Wir haben noch diese Frau als Thronfolgerin. Isabel. Ein Nachfolgerin Isabel atmet schwer. Der schickt nach einem Doktor. Sie stirbt zu 75%. Oh, sie stirbt auf 50%. Ähm... Sie ist halt schon älter als unser jetziger König. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie überhaupt regieren wird. Irgendwie. Denke ich. Ich würde für ihr Leben beten. Sie ist gestorben. Schade. Jemand von uns, der so für einen Nachfolger... Äh... Sorgen kann. Auch wenn Aragorn und Österreich hier momentan darum streiten würden. Und da wählen wir fein. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber er ist 21 und fruchtbar. Also sollte er wohl ein Erben erzeugen können für uns. Ansonsten wird unsere Armee weiter aufgebaut. Sehr, sehr langsam. Jeden Monat ein Paar. Wo kann ich denn... Äh... 272 Mann nur. Das ist so wenig. Maximale Rekrutenreserve. Die Geschwindigkeit ist jetzt gerade wesentlich höher geworden. Adel- und Armeetradition. Kann ich denn den Adel dazu bringen, noch glücklicher? Kann ich den Adel irgendwas... Äh... Regierungslimit. Verfall Armeetradition. Klerus-Loyalitätsgewicht. Pff. Monopol, Monopol, Monopol. Mann, du bist Militär. Verliere ich Kronenland auch auf keinen Fall. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab eine Kirche gebaut in Sevilla. Jetzt sollte ich aber genug... Alle sind über 50. Also Land beschlagnahmen. Yep. Yep. Keiner ist unter 30 gesunken. Wir sind über 30. Jetzt haben wir endlich diese gelbe Warnung weg, dass wir zu wenig Kronenland haben. Das heißt, wir haben keinen Malus mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder hier noch mehr Geld machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass langsam alles ein bisschen zusammenkommt. Dass alles ein bisschen funktioniert, sag ich einfach mal. Und ich verstehe, was ich tue. Was ist hier passiert? Dass Frankreich stärker wird und seine Macht zunehmend über Westeuropa ausdehnt, müssen wir als unglückliche Nachbarländer handeln. Achso, da. Um der zunehmenden Bedrohung zu begegnen, haben wir geschickt eine politische Heirat mit den Habsburgern Österreichs arrangiert, die uns für alle Zeiten gute Beziehungen zwischen unseren Ländern sichern. Das Leben, die Habsburger, ist Lebe-Kastilien. Ein neuer rechtmäßiger Erbe mit starkem Anspruch taucht auf. 3, 4, 1. Ja, er darf Enrika heißen. Ich bin mir nicht ganz glücklich, dass er nicht wirklich gut ist. Er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht der Beste. Also er ist nicht so gut wie unser König. Er hat irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber naja, es wird schon reichen. Staaten gründen. Was bedeutet das denn? Die Territorien können zu Staaten gemacht werden. Das ist eine blaue Flagge. Da ist eine blaue Flagge. Klicken, um in einen Staat zu verwandeln. Ein Reich ist in verschiedene Territorien aufgeteilt. Alle im Besitz befindlichen Provinzen in einer Region bilden ein Territorium. Ein Territorium kann zu einem Staat der Nation gemacht werden, der ein integraler Teil des Reiches ist. Dies kostet Unterhalt, abhängig von der Entfernung zur Hauptstadt, wobei die minimale Autonomie dramatisch verringert wird. Okay, momentan ist die Autonomie wahrscheinlich noch bei 90, also sollten wir es tun. Und dann bist du jetzt ein Staat. Und alle Kernprovinzen. Ah, wenn es ein Staat ist, darf ich auch neue Kernprovinzen schaffen. Mache ich? Doch, direkt mal. Jetzt sollten sie alle Kernprovinzen sein. Ja, sind sie. Nope, das ist... Und Portugal hebt Anspruch. Okay, dann haben wir es auch geschafft. Dann sollte jetzt ja... Oh Gott, schon wieder ein Rebellenaufstand. Warum? Warum kommt ihr immer wieder? Ja, kann man nicht viel machen, glaube ich. Waffenruhe endet. Tätouan und Granada. Wo liegt Tätouan? Hier, Tätouan. Ihr seid furchtbar unruhig. Könnt euch mehr Autonomie geben. Zehn Unruhe. Ja, machen wir. So steigt er jetzt noch höher? Die Rebellen? Kaufen wir mal nicht. Ich habe euch gerade mehr Autonomie gegeben. Äh... Wir mussten... Das Darlehen zurückzahlen. Ja, möchte ich. Ich möchte das Darlehen zurückzahlen. Nicht einen neuen Kredit aufnehmen. Jetzt müssten wir nur noch drei Darlehen haben. Sieht das richtig? Ja, wir haben noch drei Darlehen. Wir nähern uns der Schuldenfreiheit. Schuldenfreiheit. Das gefällt mir. Dieses Geldmachgeräusch gefällt mir auch. Äh... Ja, ansonsten... Man kann bestimmt noch viel, viel mehr machen hier gerade. Aber ich möchte meine Punkte für Forschung aufsparen. Eretiker von Gibraltar sind konvertiert. Endlich. Ich würde sagen, es geht direkt weiter mit dem, was am schnellsten geht. Und es ist Almeria. In 72 Monaten. Und los. Navara fördert die Renaissance. Das würde ich auch gern tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber die sind alle schon bei über 80. Beziehungsweise knapp bei 80%. Der hier noch nicht. Aber die hier werden alle demnächst fertig. Hier oben sieht es noch wesentlich schlechter aus. Ich denke, wenn die hier fertig sind, dann kann ich mal... Dann muss ich das Geld in die Hand nehmen und die Renaissance fördern. Dass wir auch endlich weiter forschen können. Denn wir werden heftig abgehängt, was Forschung angeht. Das hier gefällt mir immer noch gar nicht mit dem Rebellenaufstand. Aber ihr seid ja schon weniger geworden. 7.000 nur noch. Könnte ich euch noch mehr Unabhängigkeit... Könnte ich natürlich geben, aber... Nee, kann ich auch gar nicht mehr. Was wäre denn, wenn ich euch hierhin marschieren lasse? Auf diese Region. Da weiter drillen lasse. Dann sollte doch hoffentlich durch die Armee... Das Ganze auf 0 fallen. Sehr schön. Freundliche Truppen minus 5. Und hier ist auch keine Unruhe. Dann haben wir das ja unter Kontrolle gekriegt. Und sie sinken auch. Sind von 90 auf 80% gefallen. Die granadischen Rebellen dagegen sind noch nicht ganz so happy. Ihr kriegt aber ganz sicher nicht mehr Autonomie. Ihr sollt einfach so bleiben hier. Weil ihr macht mir auch nicht Geld, glaube ich. Das war das Handelswert. Kosten Kulturänderung. Missionärstärke. Das sollte ich hier einsetzen. Missionärstärke. Ich bin doch gerade mitten am Konvertieren hier. Die nehmen wir für 50 Armin. Und die Baukosten sinken sogar auch. Und gibt es irgendwas in den Gebieten da oben, was mir vielleicht viel Geld bringt als Gebäude? Wenn ich hier zum Beispiel... eine Kirche bauen möchte in Granada. Bringt sie so viel Geld? 0,23 Geld. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Kirche. Herzlichen Glückwunsch. Also, das war richtig gut. Das habe ich gerade rausgefunden. Versammlung ist abgelaufen. Wir dürfen... erneut eine Versammlung einberufen, würde ich dann sagen. Oder? Nein, bis 79 nicht. Sind aber noch alle loyal. Das läuft also auch ganz gut. Die Darlehen werden bald fällig. Den kann ich auch nicht zurückzahlen, ohne ein neues Darlehen aufzunehmen. Schade. Das lässt unsere Inflation also noch ein wenig steigen. Aber auch die ist... Warum sinkt sie nicht mehr? Darf man sich mal ganz kurz... Moment, Isabel ist gestorben? Ich dachte, Isabel ist schon tot. Meine Ehefrau ist gestorben. Okay, meine Ehefrau ist tot. Aber ich wollte was anderes gucken. Ich hätte doch jemanden, der... Ich dachte, ich hätte jemanden, der Inflation senkt. Scheinbar nicht. Ich hätte gerne hier einen besseren. Äh... Du kostet mich viel zu viel Geld. Sorry. Ich kriege einen halbpreisigen. Vielleicht hier einen halbpreisigen. Du für zwei. Nee, auch nicht. Hm. Kann man nicht viel machen. Aber ich glaube, die Kirche in Granada wird uns ordentlich Geld bringen. Und Geld ist immer gut. Wir machen richtig Geld. Es läuft langsam richtig hervorragend, würde ich sagen. Wir haben auch keine Korruption mehr, die wir bekämpfen müssen. Äh... Widerstreitende Fraktionen, Militärbefehlungen und verschiedene Taktiken. Wir müssen eine davon unterstützen. Force oder immer angreifen. Vorsier es doch mal. Ich habe Pause gesagt. Wir mussten ein Darlehen aufnehmen. Wir mussten ein Darlehen aufnehmen. Wir mussten ein Darlehen aufnehmen. Das ist natürlich traurig. Hm. Offensive erhöht. Belagerungen werden besser. Unsere Festungsverteidigung werden besser. Das ist bei... Zehn Jahre lang. Ich glaube, wir machen eher einen Angriffskrieg, als dass wir einen Verteidigungskrieg starten. Jetzt recht, wenn ich fest haben möchte. Und hier. Bucherei in Almeria. Das ist hier. Da bekehre ich doch gerade. Naja, da bekehre ich gerade. Die Bevölkerung von Almeria ist müde von den Einflüssen gieriger portugiesischer Kaufleute und behauptet, sie nutzen unfaire Mittel, um lokalen Unternehmen Konkurrenz zu machen. Sie fordern, dass wir eingreifen und die Einfluss ausländischer Händler in diesem Gebiet beschränken und die Privilege an unsere eigenen Kaufleute und Handwerker bekräftigen. Wenn wir nicht handeln, könnten sie es selbst in die Hand nehmen. Wir müssen Handel schützen. Das bringt Minus Unruhe. Hovins Handelseinfluss plus und Minus Güter. Ja, ich denke, das hört sich gut an. Ich möchte ja mehr Handelseinfluss haben. Aber Almeria hat doch gar keinen Handelseinfluss, oder? 1,7 Handelseinfluss. Produziert 0,32 Güter. Ja, dann nehmen wir die Unruhe auf jeden Fall. Minus. Beim Plus kann ich mir halt nicht erlauben. Ja, wirklich gut war das jetzt auch nicht, aber naja. So, ich würde gerne von, ja. Ich würde gerne mehr Handler haben. Waffenstillstand mit Mecklenburg ist vorbei. Das interessiert mich auch relativ wenig. Der Waffenstillstand mit Marokko dagegen. Läuft 77 ab. Gerüchte um das Herz, so Govina, ein Angriff auf Bosnien. Das ist mir auch egal. Ich möchte nichts bauen. Aragon hat Tunesien den Krieg erklärt. Mit einer Eroberung als Kriegsgrund. Was wollt ihr denn erobern? Mitilaia. Das ist hier. Aha. Ihr wollt also auch in Nordafrika Fuß fassen. Die Aragonesen. Und hier haben wir eine Anfrage nach Militärzugang. Die sollt ihr bekommen, ja. Habe ich überhaupt noch Militärzugang bei irgendwem? Kann ich das irgendwie sehen? Ich habe Verbesserungen verbündet. Staats-Ehen. Kriegsgrund. Gewährt. Hat mit Portugal. Kostet mich das irgendwie irgendwas? Administrative Fähigkeiten. Nationaler Schwerpunkt. Ich glaube, das kostet mich nichts, dass ich den Zugang habe. Dann behalte ich den auch einfach. Ich brauche den Zugang ja auch, um hier rüber zu kommen. Behehrung der Jungfrau Maria. Die heilige Jungfrau Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus Christus, ist die Königin des Himmels und von wahrer Anmut. Es gibt keine vollkommenere Frau und ihre heilige Mutterschaft gewährt ihr einen Sitz zur Rechten Gottes. Oder nicht? Sei kurz, argumentieren radikale Theologen, dass Fürbitten an sie nicht notwendig sind. Haben sie Recht oder gerät, die heilige Mutter Kirche, durch ihre beinahe schon ketzerischen Äußerungen in Gefahr? Möge die Mutter Gottes ihnen vergeben. Reformen begehren, Papsteinfluss. Ich denke, die Mutter Gottes ihnen vergeben. Wir sind das katholische Königreich Kastilien. Und das Marmelupenreich hat sich bereit erklärt, Karten von Anatolien mit Österreich zu teilen. Ah. Ich will auch mehr über die Welt wissen. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz schön spät. Portugal ist schon die ganze Zeit hier am Kolonisieren. Hast du nicht gesehen? Und wir haben noch nicht mal irgendwelche nationalen Ideen. Gefallen gegen Dukaten. Hilfst du recht, bitte uns um im Austausch für Gefallen 66 Gold zu geben? Nein. Was ich machen kann, ist ein Darlehen zurückzahlen. Doch nicht. Denn die Darlehen waren schon ziemlich hoch, die ich jetzt aufnehmen musste. Um die letzten Darlehen zurückzuzahlen. Aber egal. Auch da werden wir rüber hinweg kommen. So, ich möchte ein Darlehen zurückzahlen. Danke. Jetzt haben wir hier schon wieder unruhenden Granada diesmal. Wir verlieren Männer hier. Dann würde ich sagen, maschinen wir da mal weg. Das ist ja richtig furchtbar, während des Drills Männer zu verlieren. Passettenschliff. Edelsteinspiele in Kons haben ihren Durchbruch. Was? Oh, die haben jetzt hier Edelsteine, oder wie? Krass, ich will auch Edelsteine haben. Verrückt. Die Hagia Sophia sieht auch nicht schlecht aus. Hätte ich auch gerne. So, meine Armee ist wieder hier und darf weiter drillen. Ja. Wie hoch ist meine Armee Professionalität denn jetzt eigentlich schon? Sie ist bei 9%. Das ganze Drillen lohnt sich also tatsächlich. Ihr seid ja stillgelegt und ihr seid da hinten am Einfluss generieren. Ja, ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind bald im Plus. Wir können in neue Technologie investieren. Möchte ich aber noch nicht. Solange ich nicht... Wo ist es denn jetzt schon wieder? Solange ich noch nicht... Hier auf Fördern gedrückt habe. Hm. Wie gesagt, wir warten noch ab, bis diese Regierung... Hier fertig sind. Das dauert ja nicht mehr so lange. Und dann können wir es in Angriff nehmen. Vielleicht def ich hier ein bisschen im Militär. Einfach nur, damit die Institution hier auch höher geht. Und ja. Dann sollten wir nächste Episode hoffentlich die Institution Renaissance fördern können. Und dann soll das Ganze auch eigentlich ganz gut aussehen. Dass wir endlich auch wieder forschen können. Und mit besserer Militärstufe können wir dann auch den Krieg gegen... Marokko erklären. Und mal sehen, was wir hier noch erobern können. Und dann uns um die Rebellen kümmern, die danach kommen werden. Aber naja, so ist das halt. Wir haben jetzt die ersten 30 Jahre hinter uns gebracht. Und ich denke, wir haben einige Probleme überstanden. Einige Sachen verstanden. Wie das Spiel funktioniert. Ich denke, wir haben noch viel zu lernen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Kolonialisieren. Das hoffentlich demnächst anfängt, wenn ich dann endlich in Forschung investieren kann. Und in Ideen. Und ja, das sind alles Sachen, die in den nächsten Episoden kommen werden. Deswegen würde ich sagen, schaltet wieder ein. Bis dahin. Euer Mische. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020